was geht youtube deutschlands krasseste facecam ist back am start hier für euch spaß leute herzlich willkommen zum weiteren video hier wir haben eine fortnight gezockt mit monte zusammen in seinem live stream er hat mich richtig im rucksack gehabt leute ihr seht jetzt wie er bestes game wie man es von mir kennt in fortnight leute viel spaß dabei let's go das hier ist baba digga mag ich auch voll gerne soll der yvd hier eingeschlagen sein sagen die regenten kann ich nicht ja da hast du wohl nach der wife kennst du nicht ach ja warte wo bist du hier oben bei mir ist auch der gegner problem ist er hat mir ein 96er shot gegeben ich habe ich habe ein double kill gemacht digga mit der einen rakete es ist so es ist so lächerlich digga also die schroth finden kannst du knicken mittlerweile was noch mal dass die bitte man kriege hau jetzt ab alter sonst hau ich dir bei einer aus maul die nervt schon die ganzen tag sei gestern abend fliegt hier rum digga wenn ich mal duschen geil dann wird jetzt nicht die ganze zeit an meine achse schniffeln wollen jetzt jetzt hier oben auf dem bildschirm der ich werde da so gerne rauf oder wird mein ganzes setup kaputt sein scheiß drauf ist es wert ne digga auf gar keinen so dass die spaßzie dann hat mir gestern besoffene sieben minuten memo geschickt habe ich noch nicht angehört aus dem urlaub hat er meinte real life story da freue ich mich schon drauf wenn ich einfach mit gameplay packen und direkt hochladen schon ein mt ja ich will nicht wissen ich habe noch nicht getraut mich rein zu wer der kriegt macht mich irgendwie an der jahre ficken jahre aber er muss noch sein teamkollege ja ich glaube er baut sich hier er baut sich ganz auf dem klassiehof ja hier ist noch ein das ist ein anderer das ist ein anderer ich war aber was wir kommen hier rein also noch schrotflitten munition marcel ne ich habe auch gar keine schrotflitte ja hier wie die herumtrampeln lol oh mein gott die ganzen zwei noch komm digga uuuh lecker digga vor zwei ehre genommen von den beiden die ganze zeit hat neben uns noch einer gekämpft no skin ohne waffe unten da drin ja unten die ganze zeit unter uns da war ich gerade ein bisschen überfordert bruder dahinter die sind auch verbände nimm als erst die verbände zuerst ich habe erst mal sellen headshot gedrückt ja ja ich denke auf einmal sind da drei gegner ich habe gar nicht drüber digga ich war ein bisschen verwehrt muss ich dir gestehen digga bei monte im rucksack digga bei cod wäre das nicht möglich gewesen aber jetzt ist es einfach die wahrheit du warst in den ziel detail immer besser digga wo dings wo auch mit jetpack und so digga da war ich absolut das war nichts für mich digga mw3 würde ich sagen digga mw3 war ich auch schon recht stabiler spieler gerade mit spezi bonus und so black ops 2 war es natürlich besser keine frage digga weißt du noch einmal wolltest du mw3 200 euro killduell ja moin die 200 euro hab ich gerne mitgenommen und man muss auch sagen hat sie wie ein ehre man direkt nach der aufnahme bezahlt muss man dazu sagen danny wird das wahrscheinlich gar nicht hören digga kann ich mich nicht daran erinnern ehrlich gesagt digga ach kannst du nicht soll ich das nochmal schnell hier in den chat hauen ach ist das als video hochgeladen worden ja sogar auf deinem kanal digga muss ich direkt mal meinen youtube kontakt spielen lassen und mal weg striken lassen auf deinem kanal digga ach das war auf meinem kanal lul du strikst auf deinem kanal einfach weg ach stimmt ich kann mich noch daran erinnern ja ja doch wir wollen die sprachnachricht hören live stream die gibt es nicht das ist privat digga hier guck mich an wie gut ich mit den impulsgranaten umgehen kann ich springe jetzt damit über den zaun pass auf so ach man digga hinter dir was stabil hinter dir digga was hinter mir und hinter mir digga überall gegner das war es mal wieder komplett kümmer du dich um hinter dem weil also bei dir hinter dir ich bin froh wenn ich er macht den granaten move kann ich aber auch ich sehe ihn einfach nicht wasser ich dachte du kümmerst dich um den hinter dir jetzt sehe ich ihn erst ok jetzt sehe ich ihn er hat 29 Leben ich bin ripped er baut die ganze Zeit er ist genockt hier sehr gut cm ich habe 29 energy ja ich habe ihn oh digga das war hunderter prezi das war bestes cod aim war das was ich ihm gegeben habe richtig oder so das hole ich mir jetzt auch da oben den loot ach ich habe nicht genug material das ist gar ehrenhaft wo wollen wir hin ah wir sind perfekt in der zone digga hier unter mir schritte unter mir schritte er ist direkt bei mir scheiße erst mal 88 schaden ok hab ihn hat er noch was von mir äh ja ich glaube da ist was runtergerutscht ich schau mal ja medie 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 geh mal bitte ja gönn dir digga extra sniper kappe will alles daneben schießen ja lass mal oben zu dass sie ein bisschen holz grappen und ein bisschen energy eventuell ist es oben noch blue life erst mal jetzt hier mit der impulskanate über den zaun ah guck mal kann er doch digga hey das war das was man rechts umgehen digga aber ich denke mal auch dass da schon gelootet worden ist dass wir so ohne beiden es gab und dann hat man natürlich kein blue life und es gibt die runde hat man nur blue life aber natürlich eine graue ar da vorne sind auch äpfel direkt vor dir ah da geh ich mir jetzt die kenne ich auch noch nicht ich habe bis jetzt nur pilze gegessen du weißt aber was äpfel sind ne also für normales leben warte mal hast du auf mich geschossen ne ich war so ok ok das war's du save schlechter schauspieler gut genug damit du fragst ja das stimmt hier vorne guck mal vor uns geradeaus hier hey die ist aber noch nicht tot digga genau unter dem hügel können wir dann direkt weiterlaufen weil dahinter ist der loot shop digga das sieht zu schmackhaft aus hier kann irgendwas nicht stimmen digga der läuft halt natürlich ganz klassisch durch warte brauchst du auch blue life ne wie viele sind das ja das sind vier hast du grad zugebaut ja klar kann sein können dass hier auf einmal jemand vorstehen ja gib mal zwei stück oder ja liegen hier soll ich sie reinbringen richtig ne 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 passt schon ich lege sie hier hin ähm ich weiß nicht ich nehme die verbände jetzt mit nehme ich die auch noch mit warte mal ich habe noch zwei raketen für dich äh ja man kann ja nur noch 13 stück mitnehmen digga echt jetzt ja das haben sie runtergepatcht ach krass digga naja hier ist ein loot shop gewesen oder sich geholt oder wort schon genommen digga kann auch sein ne ja ja vor uns wird gebaut auf 150 da ist auch ne burg da vorne wird der loot shop genommen da liegen minis digga die goldene burst soll ich die nehmen ist die gut musst du selber wissen oh ne ne ich bin lieber ich bin froh wenn ich auch noch also hier wurde eben der loot shop genommen hier äh liegen noch minis die take ich mal mit ja ein mini besser als keiner ja dann gehen wir mal rein also irgendwo vor uns werden welche sein digga bin ich mir eigentlich recht sicher in diesem fall ach so digga wie viel holz hast du 119 das war ja ich merke auch gerade oben ist noch eine kiste da können wir da nochmal ein vielleicht nochmal ein bigness ich brauche auf jeden fall jetzt aber erstmal holz ist das eine ding ist das eine boogie bomb das ist ein bigness digga ja ist es okay darf ich den nehmen na ja mir egal digga nimm ruhig mach erstmal die kiste auf nimm erstmal kurz oder ja trinken ihn ruhig das war dann wieder komplett ein schlürfnis wäre ehrenhaft ah hier liegen pilze digga auch massig ja das war es komplett willst du die sniper ne 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 ich fress hier pilze digga erstmal ganz kurz hört sich an wie in den alten zeiten bruder da im haus in der mitte von der stadt hier sozusagen sind welche ja ja hinter uns sind auch welche aber wie gesagt ich könnte auf ihn schießen aber ich werde dich treffen also auf 160 ist einer am anderen ende der welt du bist so einfach ne wenn wir hinter uns weg sind dann ist es scheiße wenn ich mich jetzt verrate ich glaube nicht dass hinter uns welche sind sehr gerne ich hätte das gesagt wenn du einen guten shot landen kannst dann probierst ne digga jetzt sind die eh schon weg die sind jetzt nach links gelaufen also so ja mäßig so wir warten ja wir warten erstmal ganz kurz die sohn ab digga wir müssen geradeaus durch vor uns ist auch ein loot drop ja lass es mal laufen weil der eine muss jetzt wird dann gleich auch von links rein rotieren Marcel hol dir noch ein bisschen holz das war's komplett für das nächste baubattle dass ich auf jeden fall gewinne kaffee ich sehe gegner auf 165 oben auf dem hill ich werde es aber auch noch nicht direkt rein ich werde hier noch mal kurz pilze nehmen das sind auch denke ich mal die letzten teams da oben ein team wurde gerade ist gerade gestorben ja warte ganz kurz ich mach mal mal full blue life ich hab an sich genug holz man hat nie genug holz oder loot drop direkt vor uns und vorne wie gesagt am berg jetzt digga äh sind gegner naja da sind auch die letzten digga der loot drops hier oben auf dem baum also die letzten beiden teams ja 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 genau und wie gesagt hier vorne direkt vor uns am berg ist ein team und ich würde sagen links ist das andere team noch loot drop holen ne digga damit verraten wir nur die position ich würde fast sagen ich lass mal oha kurz auf recht digga hier nochmal vier über uns über uns hast du gerade geschossen nein 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 die bauen da warte mal Marcel ich baue mal von hier hoch hast du das eine das Trempo hast du nicht ne 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 das eine team ist direkt über uns wird grad beschossen direkt vor mir ne einer ist runter gefallen er ist direkt neben mir digga hab ihn insta tot ne der war nicht insta tot einer ist hier noch er ist hier hinter mir hab ihn hab ihn hab ihn hab ihn hab ihn die anderen sind drüben auf der anderen seite ja warte mal der hat einen Raketenwerfer gedingt wo sind die denn da drüben drüben auf der anderen seite digga ok guck mal wer die zu einer push einer push digga beide pushen pass auf achtung pass auf digga ich würde an der Stelle ein bisschen zurückgehen die am rocket ja die machen beide hier extrem action einer hat hier vor mir noch ein hit die pushen beide extrem ja hier vorne 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 einer ist runter gefallen hier einer hat einen dicken hit vor mir was war das denn digga ich bin runter gefallen Marcel oh fuck digga warte mal ich hab grad richtig struggled bei mir ist direkt einer drin ich hab ihn eingebaut oh mein gott digga auf einmal kann ich bauen oder was na warte ich bin nur runter gefallen hier ich kann dir gerade nicht helfen Marcel einer ganz oben beide ganz oben einer ist direkt vor mir digga digga ich hab nur noch Metall zu bauen ich hab gar kein material bin runter gefallen ach diese material scheiße eh oh hier bin ich taucherfotze the born to play digga na mit deinem schnorchelnden Arschloch digga ich bin die grad ah digga konnte ich nichts machen wieder nur material also es geht mir momentan wirklich anders auf den Sack digga dieses ständige im endkampf kein material mehr zu haben es ist zum kotzen digga vier kills hat er lauf ey fuck man ok Leute wenn euch nichts gut gefallen hat dann lasst ein like da würde ich mich drüber freuen checkt auf jeden fall die letzten videos gerne hab ich mir raus zu heute haut rein bis zum nächsten mal ciao ciao